Ich stehe relativ früh auf und dann nehme ich direkt eine kalte Dusche. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Kaargummis, Karte, Handtuch, Whey-Protein und Kopfhörer, Deo-Kreatin. Haargummis darf ich nicht vergessen. Meine Katze bleibt zu Hause. Ein Wichsel-T-Shirt statt Tee-Kladekabel. Diese Banane stand nur eine Woche im Kühlschrank und ist so braun geworden. Mal gucken, wie es aussieht. Ich muss mich jetzt von meiner Katze verabschieden. Hab ich alles? Hab ich alles? Nee, mein Portemonnaie. Wie immer, vergesse ich immer etwas und tschüss Mimi. Bis später. So sehe ich angezogen aus und so sieht meine Banane nackt aus. Endlich da. Heute wird Bouti trainiert. Und auch Beine natürlich ein bisschen dies und noch das und dann noch diese Übung und dann noch diese Übung. Am Ende des Trainings mache ich immer etwas Handstand, damit ich das nicht verlerne. Und das ist das Endergebnis. Und tschau.